Willkommen zu einer neuen Episode von 15 Fakten. Heute schauen wir uns die 15 größten Gefahren für Astronauten im Weltraum an, aber auch für uns Menschen auf der Erde. Legen wir los. Platz 15, das Vakuum. Auch wenn sich im Weltraum das ein oder andere Molekül befindet, herrscht dort fast ein komplettes Vakuum. Ist der Mensch dem Vakuum des Weltalls ausgesetzt, fehlt ihm nicht nur der Sauerstoff zum Atmen, sondern aufgrund des fehlenden Luftdrucks würde das Blut direkt zu kochen beginnen. Deswegen tragen Astronauten Raumanzüge. Platz 14, Bakterien und Schimmel. Überall dort, wo sich Menschen aufhalten, hausen auch Bakterien und Schimmel. Gerade auf Raumstationen kann das zum Problem werden. Dort oben im Weltraum kann man nicht einfach so lüften und es entwickelt sich ein feuchtes Klima, in dem Bakterien und Schimmel gedeihen. So kam es auf der russischen Raumstation Mir beispielsweise wiederholt zum Ausfall des Luftaufarbeitungssystems, weil sich gallartige Propfen in den Leitungen sammelten. Ein großes Problem, das man bei langen Aufenthalten beachten muss. Platz 13, Computerfehler. Eine nicht zu unterschätzende Gefahr im Weltraum sind Computerprobleme. Und man ist dem Mensch im All vollkommen von seiner Technik abhängig. Ohne sie ist es nicht möglich zu überleben. Schon mehrfach kam es beispielsweise auf der ISS zu Computerfehlern, die ernsthafte Alarme ausriefen, die sich am Ende jedoch als falsch erwiesen. Platz 12, Extreme Kälte. Eine weitere Gefahr im Weltraum ist die extreme Kälte. Die Temperatur des leeren Weltraums wird von Wissenschaftlern oft mit minus 270 Grad angegeben. Das sind nur 3 Grad über dem Nullpunkt. Im leeren Weltraum gibt es so gut wie keine Materie und somit auch keine Temperatur. Aufgrund von elektromagnetischer Strahlung kann die Temperatur dennoch mit 3 Grad über dem Nullpunkt angegeben werden. Auf Platz 11 befindet sich extreme Hitze. Im Weltraum kann es sehr kalt sein, aber dank den vielen Sonnen da draußen auch sehr heiß. So wärmt die Sonne unseres Sonnensystems beispielsweise den Merkur auf bis zu 470 Grad auf. Ähnlich hohe Temperaturen muss bei direkter Sonneneinstrahlung auch die Raumstation ISS aushalten. Platz 10, Mikrometeoroiden. Mikrometeoriden sind für uns Menschen auf der Erde weniger gefährlich, doch das gilt nicht für Astronauten oder Bauchsatelliten, die sich im Weltraum befinden. Zwar sind Mikrometeoriden nur wenige Millimeter groß oder gar noch kleiner, können aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit jedoch ein Raumanzug oder Satellit ernsthaft beschädigen. Platz 9, die Schwerelosigkeit. Ein Problem für Menschen im Weltall ist auch die dort herrschende Schwerelosigkeit. So kommt es selbst bei regelmäßigem Training zum Muskelschwund und die Sehkraft kann sich verschlechtern. Ein Grund dafür ist, dass die obere Körperhälfte stärker durchblutet wird als die untere. Ein weiterer Grund, weshalb Beine im All dünner werden. Platz 8, die Strahlung. Nicht zu unterschätzen ist die gefährliche Strahlung, die es im Weltraum gibt. Zum einen aus der Tiefe des Alls, aber auch von unserer eigenen Sonne. Auf der Erde schützt uns unser Magnetfeld vor einem Großteil der Strahlung. Doch Astronauten, außerhalb des Magnetfelds, die sich über längere Zeit im Weltraum aufhalten oder sich zukünftig gar auf dem Weg zum Mars machen, sind einer sehr hohen Dosis ausgesetzt. Das kann zu Krebs führen. Platz 7, der Mondstaub. Wie auf der Erde gibt es auch im Weltraum zahlreiche Stoffe, die für den Menschen gefährlich sein können. Dazu zählt auch der Mondstaub, der laut Forschern äußerst gefährlich sein könnte. Die Partikel sind ähnlich klein wie Asbest oder Vulkanäsche und können tief in die Lunge vordringen. Dies kann zu Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Platz 6, Krankheiten. Neben Krebs durch Mondstaub oder hauptsächlich Strahlung können Menschen im Weltraum noch andere Krankheiten bekommen. Dazu zählt auch der graue Star, der bei Astronauten besonders häufig vorkommt und durch Strahlung verursacht wird. Außerdem ist die psychische Belastung bei Langzeitmissionen sehr hoch. Platz 5, die Atmosphäre der Erde. Für uns Menschen auf der Erde ist die Atmosphäre lebenswichtig. Ist man jedoch ein Astronaut im Weltraum und möchte zurück auf die Erde, ist die Atmosphäre äußerst gefährlich. Zum einen muss man an einem sehr genauen Winkel den Wiedereintritt wagen, um überhaupt runter zur Erde zu kommen. Schafft man das, entstehen beim Wiedereintritt Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius. Die Beanspruchung der Materialien ist enorm, weshalb es beim Wiedereintritt schon mehrfach zu Katastrophen kam. Platz 4, Weltraumschrott. Eine nicht zu unterschätzende Gefahr ist Weltraumschrott, wenn man sich in der Umlaufbahn um die Erde befindet. Den Weltraumschrott haben wir selbst produziert. Sei es außer Dienst gestellte Satelliten oder vorher loggangene Schraubenschlüssel. Eine Kollision damit hätte katastrophale Folgen, selbst wenn es sich um eine kleine Schraube handelt. Platz 3, Kometen. Vor allem für uns auf der Erde können Kometen eine große Gefahr sein, denn sie haben normalerweise eine Durchmesser von 1 bis 100 Kilometern. Ein Zusammenstoß mit der Erde hätte eine globale Katastrophe mit Massenaussterben zufolge. Kometen unterscheiden sich von Asteroiden durch die Zusammensetzung und der sogenannten Koma, ein durch Abgase bestehender Schweif. Platz 2, Asteroiden. Genauso gefährlich wie Kometen sind natürlich auch Asteroiden, die nur aus Gestein und Metallen bestehen und keine Stoffe wie Wasser oder Gase in sich tragen, wie es bei Kometen der Fall ist. Je nach Größe des Asteroids könnte ein Zusammenstoß mit der Erde ebenfalls zu einer globalen Katastrophe führen. Platz 1, Aliens. Zugegeben, wir wissen gar nicht, ob es Aliens überhaupt gibt. Doch sollte es im Weltraum ähnliche, hochentwickelte Wesen wie wir selbst geben, könnte das äußerst gefährlich sein. Immerhin gehört der Mensch zu den größten Feinden des Menschen. Neben der einfachen Stechmücke gibt es kein anderes Lebewesen auf der Erde, das so viele Menschen tötet wie wir selbst. Hochentwickelte Lebensformen wie wir selbst können also äußerst gefährlich sein. Das waren die 15 größten Gefahren im und aus dem Weltraum. Ich hoffe, diese Ausgabe von 15 Fakten hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar mit weiteren Themenwünschen und abonniert diesen Kanal für weitere wöchentliche 15 Fakten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.